Hallo Röder, da sind wir wieder. Megaman 10 für die Wii. Ich spiele Proto-Man, amüsiere mich total in diesem Level. Ich amüsiere mich total mit Proto-Man, amüsiere mich total, dass ich gerade überhaupt irgendwie ein bisschen blöd bin mit der Steuerung. Aber das kriege ich hin. Oh mein Gott, das kriege ich doch nicht hin. So, ich habe mal nachgeguckt, was mich auf dem oberen Weg erwarten würde. Ich habe da ein Speedrun gerade gesehen. Oben ist nichts, außer dass der Weg wesentlich kürzer ist. Ich halte den unteren für leichter, außer man hat so ein bisschen die Sprungpassagen und den Sandsturm gemanagt. Dann dürfte der obere Weg leichter sein. Viel leichter sogar. Und vor allen Dingen kürzer und schneller. Ich meine, hier haben wir auch mit Sandstürmen zu tun. Aber definitiv weniger abgründen. Ja, herrlich. Das Watershield ausgepackt. Es hat nichts gebracht, weil es sich noch nicht aufgebaut hatte. Gut. Beeindruckende Leistung. Ach, Mist. Na. Dämmliches Ding. Ah. So, jetzt wollte ich gucken, ob ich das auch hinkriege. Nein. So nicht. Jetzt warte ich endlich lieber ab. Ja, komm. Steh auf. Oh, du blödes Kackding. Ah. 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 Ich bin auch extrem ungeduldig, muss ich sagen. Aber ich habe mir gerade schon irgendwie gesagt, du hast schon Leben verloren. Jetzt ist es auch egal. Mann. Das Level wird mich noch eine Weile beschäftigen, glaube ich. Jetzt ist es nicht so, dass das Level wirklich lang wäre. Wie ich vorhin feststellen musste. Speedrun und so. Nur, oh, ein Leben. Na gut, dann tue ich mal so, als ob ich wieder sinnvoll spielen könnte. Ich gehe unten lang. Es lag mir, glaube ich, einfach mehr. Sagt er und kassierte direkt den nächsten Treffer. Was ist los? Nein. Und ich habe Protoman extra genommen, weil er auch sliden kann. Jetzt wird mir das zum Verhängnis. Ich kann auch nicht wirklich abschätzen, in dem Sandsturm. Ähm. Wie weit... Oh. Die Dinger explodieren auch noch. Oh. Extra Burst Damage. Ich kann nicht abschätzen, wie weit mich der Sandsturm nach vorne oder hinten treibt. Oh ja. Ja. Was ist mit dir? Danke. Wacht einfach mal nicht auf. So leicht kann es sein. Wenn man sich zumindest ein bisschen gut anstellt. Muss ja nicht viel sein. Nur ein bisschen gut. Und schon bin ich hier. Ach so, Moment. Hier waren diese vielen Schrauben drunter. Nehme ich mit. Ich überlege gerade, warum Commando Man nicht eigentlich Sandman heißt. Oder Desertman oder irgendwie sowas. Weil ich gerade noch nicht so genau weiß, was hier Kommando daran sein soll. Okay. Nein, Schütte. Nein, Schütte, Schütte. Oh nein. Hätte ich den einfach mal früher ausgepackt. Game over? Ja, ist okay. Ist okay, wir machen das. Ich habe jetzt voll den Plan. Ich wollte springen. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt war der obere Weg, nachdem ich gesehen habe, wie der ungefähr geht, tatsächlich ein wenig attraktiver als der untere. Okay, Päuschen. Päuschen, Päuschen. Ja, easy. Aber diesen Sprung master ich mal gar nicht. So, und schon sind wir hier. Sagen wir mir noch ein paar Schrauben ein. Ich kann später die Energy Tanks nämlich einfach gebraucht zum Kaufen. Haha, wieso habe ich den jetzt in die Luft gejagt? Ne, den jagge ich jetzt auch in die Luft, für den Fall, dass er ein Leben droppt. Ja, ne. Ein bisschen Energy brauche ich nicht. Ähm... Protojet. Auf geht's. Na, was? Rrr, scheiße. Scheiße. Dann verzichte ich kurz auf das Leben. Scheiße, ich will nicht drauf verzichten. Nein! Ich hätte drauf verzichten sollen. Du bist so gierig, das weißt du doch. Rrrr. Viel zu gierig. Shit. Wollte ich eigentlich nicht auspacken. So, aber wir kommen drüber, ohne Schaden zu nehmen. Wow. Ach, scheiße. Und jetzt hat das Slide mal nicht funktioniert. Ich hasse sowas. Ja, so ist schön. Wie weit komme ich damit? Mein Jet ist gleich alle. Ist genau jetzt alle. Muss reichen. Erstmal. Nein, 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 nein. Warum versuche ich mir das von irgendwelchen Speedrunnern abzugucken? Ich bin kein Speedrunner. Ah. Jetzt habe ich auch keinen Rush, äh, keinen Protojet mehr. Ich darf das ganze Ding gleich nochmal von vorne spielen. Das Level. Was bis hierhin ja nicht so schwierig ist. Ah. Ja. Bläh, 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 bläh. Mal machst du einen großen Sprung, mal nicht, du Kackteil. Ah, nein. Nein. Oh, hör doch auf. Nein. Oh. Ich lerne es auch nicht. Ich lerne es einfach nicht. Ich lerne es so hart überhaupt nicht. Ja, ja. Jetzt machst du einen großen Sprung. Leck mich an die Eier. Ja. Ja. Oh, shit. Das ist ja wohl die beschissenste Stelle, um, äh, einen Sandsturm abzukriegen. Ja. Okay. Noch ist alles so, so tutti. Nein. Ich hatte ein Shield auf dem und, und, und da rennt dieses Kackteil einfach in mich rein. Ich werde blöd, ey. Ich werde so blöd. Ja, 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 ja. Ist ja jetzt auch nicht so, als ob ich hier mit Megaman bessere Chancen hätte. Insta-Death ist Insta-Death. Das geht für jeden Charakter. Na, komm da wieder hoch, ey. Ist mein Controller kaputt? Ja, ich konnte da auch nicht springen. Geil. Jetzt war ich mir echt Sorgen. Ja, ich konnte da auch nicht mehr so, als ob ich hier mit dem, was 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 ich hier mit dem, Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss ja bloß unter dem Energy Tank bleiben, dann ist alles toll. Dann weiß ich, dass ich auf einer Plattform bin. So, Frage, wie viele Energy Tanks habe ich? Oh, dann kann ich jetzt herausfinden, wenn ich den Sprung nicht versau. Kann ich mehr als neun tragen? Oder nicht? Ich habe kein Geräusch gehört. Es bleibt bei neun, neun Energy Tanks. Mehr geht nicht. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Von daher bin ich gar nicht so böse drum. Ich bin nicht enttäuscht. Ja, wieso habe ich den jetzt freigeschossen? Ich Idiot. Ja, ja, ja. Weg bin ich. Weg bin ich. Du kannst mich mal. Nein. Oh. Nein. Ach, scheiße. Dann halt nicht. Nee, da verzichte ich jetzt wirklich drauf. Ich bin zu blöd, den Pipas auszuwählen. Nee, da renne ich jetzt. Da renne ich jetzt so weiter. Oh, scheiße. Geh weg, du Kackteil. Na. Hau ab, der nächste sagt. Nein. Mann. Ich will ja bloß weiter, meine Herren, ey. Ich bleib einfach hier liegen. Ey, ich bleib einfach hier liegen. Okay. Ja, komm schon, der nächste ist schnell. Nein. Nein. Oh Mann. Warum? Warum? Nein. Nein. Ah, ab da natürlich. Ach, Fick. Das Level ist eigentlich nicht schwierig. Also, es ist nicht lang und nicht schwierig. Ich stelle mich nur einfach wieder richtig blöd an. Warum? Nein. Ficken. Ich denke auch nicht wirklich mit irgendwie. Ich will das Level vielleicht gar nicht schaffen. Vielleicht finde ich das Level einfach so schön, dass ich hier für immer drin bleiben will. Für alle Zeiten. Ein Traum. Ja, geil. Jetzt macht er mal gar keine großen Sprünge. Oh Mann. Ah, nein, 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 nein. Bleib drauf. So. Kann ich hier in Allero was trinken? Fein. Du bist kein Speedrunner. Lass dir alle Zeit der Welt. Du bist scheiße. Du kannst das nicht. Lass dir Zeit. Zeit. Da. Kommando man. Wie kriege ich jetzt den da unten am besten platt? Ja. So. Geil. Ups. Muss ich mal kurz gucken. Brauche ich meine Notizen. Wen habe ich zuletzt gemacht? Welchen Boss? Nitro Man habe ich zum Schluss gemacht. Aber ich habe im letzten Video, habe ich den irgendwo Chill Man genannt. Ist ja Quatsch. So ein Nitro Man. Jetzt bin ich bei Kommando Man. Mal gucken, was er drauf hat. Okay. Gefällt mir überhaupt nicht. Gut. Okay, also. Nitro. Und Energy Tanks. Der Rest ist mir scheißegal jetzt. Ist mir egal wie viele und wenn ich neun Energy Tanks bei denen verballere. Das ist auch echt schwierig. Nitro Man gibt mir Wheel Cutter, ne? So heißt das Ding. Woher soll ich das wissen? Okay, 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 ähm, ich weiß nicht wie viel Damage er macht, also zu viel. Ich benutze mal einfach einen Energy Tank, weil ich hab's ja. Mein Problem ist, diese Wheels haben irgendwie ein bisschen Delay. Oh, jetzt geht kaputt, ey. Ich hätte ihn vielleicht vorher mal ausprobieren sollen. Wahnsinn. Ach, ist reine Leistung, muss ich schon sagen. Ich bin hellauf begeistert von dem, was ich hier mache. Habe ich überhaupt meine Farbe geändert? Ich seh genauso aus wie vorher. You got a new weapon, Commander Bomb. Okay. Müsst ihr ja glatt shoppen gehen? Bei mir ist ein Energy Tank ausgegangen. Andererseits, vielleicht find ich in dem kommenden Level ein Energy Tank, dann ist es auch egal. Geh ich wieder raus. Äh, ja. Super. Es fehlen nur noch zwei Robot Master. Ich hoffe, dass ich die im nächsten Teil einfach schaffe. Das hier war jetzt ein langer Teil mit Commando Man. Ich liebe das Level total. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Sö cream. Bis zum nächsten Mal.